Lektie de Konversatie in Limba Germane Visite Entschuldigen Sie, wohnt hier Herr? Entschuldigen Sie, wohnt hier Frau? Nein, er ist umgezogen. Wissen Sie, wo er jetzt wohnt? Wissen Sie, wo sie jetzt wohnt? Kann ich mit Herrn sprechen? Kann ich mit Frau sprechen? Wann ist er zu Hause? Wann ist sie zu Hause? Kann ich eine Nachricht hinterlassen? Kann ich eine Nachricht hinterlassen? Ich komme später noch einmal vorbei. Ich komme später noch einmal vorbei. Können Sie ihm eine Nachricht ausrichten? Ich rufe später noch einmal an. 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 Möchten Sie etwas trinken? Möchten Sie etwas trinken? Möchten Sie etwas trinken? Möchten Sie etwas trinken? Prost! 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 Können Sie nicht zum Mittagessen bleiben? Können Sie nicht zum Mittagessen bleiben? Können Sie nicht zum Abendessen bleiben? Können Sie nicht zum Abendessen bleiben? Vielen Dank! Ich bleibe gern, wenn ich nicht störe. Vielen Dank! Ich bleibe gern, wenn ich nicht störe. Es tut mir leid, aber ich muss gehen. Es tut mir leid, aber ich muss gehen. Guten Appetit! Vielen Dank für den netten Abend! Darf ich mich verabschieden? Darf ich mich verabschieden? Ich danke Ihnen für Ihre Einladung! Ich danke Ihnen für Ihr Geschenk! Ich danke Ihnen für Ihre Hilfe! Ich hoffe, Sie bald wiederzusehen! Ich hoffe, Sie bald wiederzusehen! Ich hoffe, Sie bald wiederzusehen!